Wir sind mal wieder im Harz unterwegs und wir stehen hier auf einem Campingplatz. Die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, welcher Campingplatz das ist. Und hier gibt es etwas, das erneuert wird und dafür suchen wir vielleicht genau dich. Oder der Campingplatz sucht dich, nicht wir, aber wir auch, wenn wir das nächste Mal wieder hier sind und das dann testen wollen. Und zwar wird ein Pächter gesucht für das Restaurant, was hier entsteht. Und Lydia, Lars, ihr könnt mir da am besten zu weiterhelfen, was ihr hier vorhabt, was ihr sucht. Und ja, vielleicht sitzt derjenige hinter der Kamera oder vor dem Bildschirm und passt hier mit ins Team. Vielleicht magst du dich mal einmal kurz vorstellen, wer seid ihr, was habt ihr für einen Campingplatz, was macht euren Campingplatz aus, wo liegt der? Und dann zeigen wir mal einmal hier, wofür ihr sucht. Ja, das machen wir. Ja, ich bin die Lydia mit meinem Partner Lars zusammen, die Eigentümerin vom Campingplatz Kreuzeck in der Nähe von Goslar. Und zwar in Hahnenklee, wunderschön am See, mitten im Wald. Wir haben hier auf unserem Campingplatz ein Restaurant. Das hat 150 Quadratmeter insgesamt mit 50 Sitzplätzen innen, 30 Sitzplätze außen. Und wir suchen ab Mai für unsere Camper einen neuen Pächter, der unsere Gäste mit der Kulinarik glücklich macht. Denn die Kulinarik gehört ja zum guten Urlaub dazu. Das Restaurant, das gab es schon lange, richtig? Also hier gab es vorher schon ein Restaurant, das ist jetzt nicht neu aufgebaut. Also ihr hattet die Jahre über auch immer hier einen Pächter mit drauf. Und jetzt macht ihr hier mal einmal komplett alles neu. Neuanfang ab Mai, neuen Pächter. Oder wie sieht das aus, was sucht ihr hier? Also was habt ihr hier vor? Also ich sehe hier ist eine Baustelle, Boden habt ihr schon neu gemacht. Also ja, was habt ihr vor? Ja genau, es gab vorher Pächter, die haben aus familiären Gründen aufgehört. Wir haben hier das Lokal bis letztes Jahr Oktober komplett in Betrieb gehabt mit denen. Sind jetzt dabei, über den Winter den Gastraum auch voll zu sanieren. Neuer Fußboden, neuer Heizkörper, energetische Sanierung, neue Fenster, neue Fassade und so weiter. Der rustikale Charme, den wir hier sehen, soll bleiben. Und natürlich hell, modern, sodass die Gäste sich wohlfühlen. Ja, wir suchen einen Gastronomen. Ob das jetzt ein Koch ist oder ein Pärchen, sie im Service eher in der Küche oder umgekehrt. Oder die Konstellation ist völlig frei. Wir hätten natürlich gerne jemanden, der hier gut herpasst. Der nicht nur die Frittenbude mit Currywurst-Pommes, denn die Camper haben da dann doch, das wisst ihr alle selber, ihr Zuschauer, auch einen gewissen Anspruch, gut essen zu gehen. Natürlich gehört auf dem Campingplatz auch die Currywurst dazu. Das Potenzial ist natürlich enorm im Vergleich zu irgendeiner 1b-Lage in der Stadt, weil hier stehen die Gäste quasi schon vor der Tür. Man muss sie nur reinlocken mit einer guten Qualität und mit einem tollen Service, sodass sie sich wohlfühlen. Und das Ambiente bietet dann ihr? Genau, das Ambiente bieten wir hier. Im Jahr haben wir fast 50.000 Übernachtungen hier. Also das ist auch ein sehr großes Potenzial. Und durch die Lage, die wir hier haben, mitten im Wald, kann man natürlich auch noch die Wanderer abschöpfen oder Tagesausflügler, die hier aus der Umgebung kommen und den Liebesbankweg wandern, sodass hier auch ordentlich Umsatz geht. Und der Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Man kann hier auch Veranstaltungen mitmachen für die Camper, für die Dauercamper, ob das nur ein Sommerfest ist, ein Grünkohlessen im Winter, ein Barbecue, das Schnitzelbuffet, was auch immer. Da freuen wir uns, wenn da jemand wirklich kreativ ist. Vielleicht schauen wir uns die Räumlichkeiten hier mal einmal an. Also es geht um dieses Ladenlokal. Genau. Das wird komplett fertig gemacht. Du meintest gerade schon, es wird alles nochmal einmal gestrichen. Genau, das wird einmal noch die Heizkörper kommen dran. Das wird neu gestrichen. Der Dresen wird nochmal saniert. Aus dem dunklen Holz wird dann helles, freundliches Holz. Das wird komplett möbliert. Also die Pacht ist dann auch inklusive dem Mobiliar. Dazu gehört auch ein großer Sonnenschirm draußen auf der Terrasse. Die Terrassenmöbel, einiges an Küchenausstattung, das Kühlhaus, der Dunstabzug, eine Jura-Kaffeemaschine. So, dass man hier auch als jemand vielleicht, der bisher irgendwo Koch ist und dann drüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, der hätte hier einen relativ leichten Start, weil er eben nicht ein Riesenkapital braucht vorher. Das heißt, es ist das Ladenlokal, es ist einmal draußen die Außenterrasse. Genau. Und wenn der zukünftige Pächter oder die Pächterin Lust hat, noch mehr zu machen, meinetwegen einen Weihnachtsmarkt oder eine Silvesterveranstaltung oder wie auch immer, da seid ihr auf jeden Fall offen für. Also man darf seine Ideen auch gerne mitbringen. Absolut. Ihr habt draußen noch einen Bierwagen, habe ich gesehen. Genau, wir haben lustigerweise letztes Jahr einen Bierwagen angeschafft, weil das bei unseren Gästen so ein Sommerfest so super gut angekommen ist. Und der kann dann natürlich auch mitgenutzt werden für ganz besondere Sachen. Und da wollen wir auch gerne ein Pachtverhältnis haben, wo man gut zusammenarbeitet und freundschaftlich zusammenarbeitet, weil am Ende profitieren beide davon. Der Pächter profitiert von unseren Gästen und unsere Gäste wiederum profitieren, wenn hier eine tolle Qualität und tolle Events geboten werden. Können wir vielleicht mal so ein bisschen hier einmal durchgehen? Können wir hier irgendwie was zeigen? Also es ist natürlich jetzt aktuell eine Baustelle. Genau, es ist Baustelle, aber wir können mal ganz kurz in die Küche schwenken. Genau, das ist der Tresen, den du gerade schon meintest. Der bleibt auf jeden Fall stehen. Genau. Thomas kommt gar nicht hinterher. Aber da kannst du vielleicht am meisten so sagen, was hier so in der Küche ist. Ja, ist natürlich jetzt problematisch, weil ein Teil gehört noch den alten Pächtern. Was mit dazu gehört, ist der Zanussi Gasherd, ist natürlich die Abzugshaube. Die hat auch vor zwei Jahren von außen einmal komplett alles neu, die Technik. Der Motor ist komplett neu. Was wir hier noch kaufen werden, ist eine neue Spülzeile und eine neue Winterhalter-Geschirrspülmaschine, die auch dann in der Pacht mit enthalten sein wird. Und was die Schränke und Ausstattung angeht, das muss der Pächter dann selber machen, weil da hat natürlich jeder von seiner Küche eine individuelle Vorstellung. Also hier immer dazu. Wir sind hier noch am Bauen. Das ist im Moment Zwischenlager für praktisch alles. Die Gästetoiletten können wir uns leider nicht angucken, weil die sind so zugestellt mit Mobiliar, dass wir da gar nicht reinkommen. Die sind aber auch vor sechs Jahren komplett modernisiert und ganz schick und neu. Gut, was muss der zukünftige Pächter bzw. die Pächterin machen, wenn die sich wirklich bei euch bewerben möchte? Bei uns anrufen. Bei uns anrufen, okay. Also die Kontaktdaten schreiben wir am besten einmal unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch gerne melden, eine Bewerbung hinschicken, für weitere Fragen einmal anrufen. Genau. Genau. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nein, ich denke nicht. Das ist mal eine ganz andere Roomtour. So haben wir es noch nie gemacht. Ja, genau. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Sonst gab es immer Ebay-Klanganzeigen für sowas. Ja, schön. Dann sage ich vielen Dank und ich bin gespannt auf das, was ihr da jetzt draus macht. Und gespannt, ob wir mit euch vielleicht den passenden neuen Pächter finden für uns. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020